Was ist die Einführung von SAP in unserer Finanzbuchhaltung? Also wir arbeiten mit LYNX Consulting seit dem Jahr 2012 zusammen und da war das erste große Projekt, die Einführung von SAP in unserer Finanzbuchhaltung, sicherlich ein ganz komplexes Projekt. Was aber letztendlich sehr schnell, sehr gut und sehr zielorientiert umgesetzt wurde. Die Kategorie und die Firma LYNX Consulting passen nicht nur von der geografischen Situation, weil wir beides Bielefelder Unternehmen sind, sehr gut zusammen, sondern auch von der Grundstruktur. Es war sehr schnell zwischen den beiden Teams ein Vertrauen da, ein kollegiales Miteinander und ich glaube, das hat die Sache sehr erleichtert und sehr schnell und lösungsorientiert nach vorne getrieben. Es ist nicht eine kalte Projektarbeit, sondern man merkt, dass sich die Mitarbeiter der Firma LYNX Consulting in diese Aufgabe sehr stark auch persönlich einbringen und das Ganze so ein wenig mit, ich würde mal sagen, mit Herz gespielt wird oder gebracht wird. Was ist das Thema LYNX Consulting? Wir haben auch sehr schnell und sehr lösungsorientiert weitergebracht und wir sind natürlich jetzt auch noch in der Weiterentwicklung dieses Projekt nach vorne zu treiben, merken aber, dass das beim Handel auch sehr gut ankommt und wir gerade dabei sind, das im Handel sehr stark zu implementieren. Ja, wir wünschen uns gemeinsam mit der Firma LYNX die neuen Projekte, die anstehen werden, weiterhin so kreativ, partnerschaftlich und lösungsorientiert voranzutreiben, damit wir auch dort schnelle Lösungen und Weiterentwicklungen vorantreiben können. inspirierende 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 Untertitelung des ZDF, 2020